Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel FIFA Allstars und heute haben wir endlich die dritte Episode von Frag mich am Start. Ihr habt mir wieder fleißig Fragen gestellt und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch unter diesem Video weitere Fragen für die nächste Episode stellen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der ersten Frage. FIFA Forever fragt mich die erste Frage und er fragt mich Nike oder Adidas und ich muss sagen, ich mag beide Marken sehr, sehr gerne. Bei Nike mag ich die Fußballschuhe, bei Adidas die Trikots. Deswegen würde ich sagen, fiti, fiti, fiti. Die nächste Frage kommt dann von mir, Rotschi, C, D, Sau. Keine Ahnung, Freunde. Er fragt mich einfach mal, bist du Schweizer? Nein, ich bin kein Schweizer, ich bin nämlich Österreicher. So, dann fragt mich Kelal, G, R oder keine Ahnung, wie man ihn aussprechen will. Er fragt mich, wurdest du schon mal angetwerkt und ich muss eigentlich sagen, ich wurde noch nie angetwerkt. FIFA Runs TV fragt mich dann, beziehungsweise schreibt einfach mal, gutes Video, Like und Abo hast du. Dafür möchte ich mich natürlich bei dir bedanken. Venums Sins schreibt dann hier, bin seit November dabei oder Dezember, aber ist eh wurscht. Bist lässig, moch weiter so. 500 Abos samt Beut erreicht. Und ja, Freunde, wir haben die 500 Abos tatsächlich schon geknackt und das freut mich auf jeden Fall riesig und ich möchte jedem Einzelnen von euch wirklich dafür danken, dass ihr mich so toll supportet. Dann haben wir hier noch Cry Yourself am Start und er schreibt einfach nur Hi und dazu sage ich Servus. Und zu guter Letzt haben wir dann wieder mal Mo Bero FIFA am Start. Er stellt mir erneut drei Fragen und die erste Frage lautet, Moin, wird das eine Serie, die jetzt öfters kommt? Ja, Freunde, das wird auf jeden Fall eine Serie, die öfters kommt. Die zweite Frage wird dann sein, was ist deine Lieblingsmannschaft? Und dann schreibt ihr noch unten, deine Lieblingsmannschaft. Also meine Lieblingsmannschaft ist FC Bayern, Barcelona, keine Ahnung. Ich hatte mal so ein Plakat in meinem Zimmer mit Barcelona. Das hat richtig cool ausgesehen, aber das habe ich jetzt auch schon wieder abgehängt. Also im Endeffekt habe ich eigentlich keine richtige Lieblingsmannschaft. Den FC Bayern bin ich wirklich gerne, Barcelona auch, aber ich habe einfach keine spezielle Lieblingsmannschaft. Und die dritte und somit letzte Frage von Mo Bero FIFA war dann, wer ist dein Lieblingsspieler? Messi zählt nicht. Mein Lieblingsspieler, wenn Messi nicht zählt, ist natürlich Bolassi, Team of the Season. Das ist so ein Pies, Freunde, den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Dazu habe ich eh schon ein paar Videos mit ihm gemacht, also ein Player Review und viele weitere Videos mit ihm. Er ist einfach ein richtiger Gott in FIFA. Ja, Freunde, das war es dann auch schon wieder mit diesem Video von Fragen mit der dritte Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bewertet das Ganze mit einem Daumen nach oben. Stellt mir bitte unter dieser Folge auch weitere Fragen für die vierte Episode. Und dann würde ich eigentlich schon sagen, war es das wieder mit dem Video. Schaut bei der 10€ PaySafeCut Verlostung vorbei, das habe ich noch vergessen. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Oldstars.